Hey, was geht ab? Ich bin Psycho Dino und es gibt eine frohe Botschaft zu verkünden. Und zwar, EZI ist nominiert für das beste Video weltweit in der Kategorie National irgendwas. Auf jeden Fall unterm Strich, es gibt ein Echo zu gewinnen für Carlo. Leider ist der gerade im Urlaub, aus Versehen. Keine Ahnung, wie er das wieder gemacht hat. Aber auf jeden Fall übernehme ich das jetzt heute. Und das allerbeste daran ist, dass es nicht irgendeine Jury entscheidet oder irgendwelche Menschen ohne Ahnung. Nein, sondern ihr. Ihr ganz alleine, ihr Menschen da im Internet, könnt voten, was das Zeug hält. Ihr müsst schön was wegwählen, damit wir am Ende, wir Menschen, den Erfolg davontragen des Echos. Dass wir vereint mit unseren Kräften alle Männer, alle Frauen, alle Menschen dieser Welt sich vereinen, alle Räder ineinander greifen und wir am Ende gewinnen. Achtung, es folgen Informationen. Bis zum 25.02. kann bis 12 Uhr gevotet werden. Dann kommen 5 Videos weiter. Den Link gibt's unten im Infotext. Und ansonsten legt den Server lahm. Der Erste, der es schafft, kriegt einen Kuchen. Und ansonsten, ich muss jetzt wieder rein ins Gymprater Büro. Hey, was ging ab? Ich war Psycho Dino. Und was wird mit dem Video. Und was ist so gut. Worn zu haben. Danke, wie gut. Ich hoffe, ihr habt euch in euch. Ich hab, wie gut. Danke, wie gut. Danke. Da war gut.